So, Brudis, herzlich willkommen zu TKC Returns. Wir waren hier, Stinkeli, mal im Räucherwerk. Und jetzt machen wir den Spiegelmodus in diesem Level. Auf jeden Fall. Yeah. Mal sehen, wie schwierig das wird. Ach nee, das war so ein schwarz-weiß Level. Okay, okay, ist okay. So. Warte mal, war das nicht das, wo die Puzzleteile halt sauschwer waren? An sich ist das Level eigentlich gar nicht mal so schwer. Wenn es das richtige Level ist. Genau, das war das Level, genau. Das war das bisschen unfaire Level, Alter. Wo die Puzzleteile da unten versteckt waren. So. Perfekt. Verpiss dich. Okay. Okay, gut. Ich dachte schon, ich werde getroffen, aber wurde ich nicht. Gut, so. Wäre ja auch nicht nötig gewesen, irgendwie. Wäre auch ein bisschen unnötig gewesen. So, scheiße, verpisst euch. Okay. Gut. Wo sind wir? Ich sehe nichts mehr. Verdammt. Ich springe eigentlich, ich springe jetzt nur noch, wenn ich was wirklich hundertprozentig sehe. Und auch weiß, dass da hundertprozentig was ist. So. Genau. Jetzt ist schon mal ein Halbzeit-Fass, also bin ich sehr froh, schon mal zumindest. Und ist mir egal, wenn ich sterbe. Oh, scheiße, ich habe nur noch neun lieben. Okay, dann ist es mir nicht so egal. Three. Three. Verpisst dich. So. Okay. Ich gehe lieber hier oben lang, weil da können die mich nicht treffen. Warte mal. Muss ich das denn wegschieben? Ja, muss ich anscheinend. Okay. 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 So. Äh. Das ist ein bisschen schwierig, das abzutimen, ne? Oh, geil. Ich habe es irgendwie abgetimt. Ich dachte schon, ich habe es falsch abgetimt, aber war alles okay. War alles okay. So. No problem. No problem. Weiter geht's. Nein, 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 nein. 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 Verdammt. Scheiße. Jetzt bin ich hier toll. Oh Gott. So. Okay. No problem. Wenn man nicht hier oben lang geht, dann ist es wirklich ein Problem. So. Bämst. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder dort, wo wir schon mal waren. Das heißt, wir haben jetzt einen richtigen Vorsprung. Wobei eigentlich nicht einen Vorsprung, sondern wir sind einfach nur weit. Okay. So, hier sind wir wieder. Oh lalala. Oh lalala. Oh lalala. So. Lass mich in Ruhe. Okay, perfekt. Wir sind durch. Alter, das war knapp. Da ist ein Halbzeit-Schweinchen gekommen. So, perfekt. Jetzt fühle ich mich viel sicherer als davor. So, no problem. Das ist ja wirklich kein Problem, das Level eigentlich. Wie ihr seht. Alter, wie viel mein war denn das Puzzle-Teil, bitte. Gut, wenn man sich umschaut, dann ist es nicht so schlimm. So, was passiert jetzt? Ah, jetzt haben wir schon ein Ziel, okay. Cool. Wir haben es geschafft. So, brr. Oh fuck. Wir haben es geschafft, Leute. Im Spielmodus war kein Problem. Perfekt. Perfekt. Perfekt, du mali. Abgeschlossen. Ich gehe auf die Party. So, ich sollte echt mal zu Cranky gehen. Wir brauchen Leben. Ich habe noch was getrunken. So. Jetzt, wo wir schon in der Nähe sind, können wir gleich hingehen. Hey, du arme Stück Scheiße. Ich habe gesehen, wie du Scheiße gespielt hast im letzten Part. Du hast noch drei Level geschafft. Ich habe in drei Parts dieses LP durchgespielt. Und das ohne zu failen. Ich habe sogar alle Puzzleteile im Spielmodus gesammelt. So stark und so gut bin ich. Und ich bin gar kein einziges Mal abgekratzt. Ja, du bist richtig scheiße schlicht. Gib mir wenigstens zu viele Bananen mit Münzen, bis ich tonnenweise Bananen wieder habe. Und mich tausendmal high machen kann. Genau. Mit Rudolf. Rudolf macht auch gerne mit. Du bist ein hässlicher Hurensohn und du stinkst noch scheiße. Boah, ich zeig mir den Stock auf dich. Der wird bald auf deinem Kopf landen, du Wichser. So. Ja, ich hau ab, Alter. Du gehst mir voll auf den Sack. Ja, verpiss dich nur, du hässlicher Fettsack, Alter. Ich knalle so lang Winkli, während du draußen bist. Okay, komm, Spiegelmodus. Weiter geht's mit Stahlpresse und Stampfer. Oh, Homba. Oh, yeah. Alter. So. Alter, nee. Nee, nicht das Level. Ach, das war aber schön. Das war schön, aber. Das war ziemlich schön. Nur, aber war das kackschwer? Ich glaub nicht, oder? Das war nicht so schwer. Man. Ruhe. So, weiter. Und ich sollte mich ein bisschen gedulden, denke ich zumindest, so wie das Level mit mir spricht. So, verpiss dich, verpiss dich. So, okay, jetzt geh mal durch. Bleiben hier. Gut. Sehr gut, jetzt bleib hier, bleib hier. Das Level ist echt eher so ein Geduldslevel, glaub ich. Und die geile Fabrik, äh, Fear Factory Remix Musik, die ist saugeil. Oh, scheiße. Oh, geil, wir sind jetzt oben. Ist saugeil. Saugeiler Shit. So. Saugeil. Okay, weiter, weiter. Ma. Okay, das war blöd. Ich war, ich war zu gierig. Ich war so gierig wie ein Affe. Ey. Okay, verpiss. Oh ja, klar. Was hab ich gemacht? Wo bin ich hier? Cool, ich hab ein Puzzleteil bekommen. Props an dich. Okay, jetzt leckt's. Ich hab's noch alle Tage. Ne, gut, es ist nur auf 30 FPS. Ist nicht so schlimm. Okay. So. Gut, wir können hier nicht durchgehen. Okay, gut. Oh, pass auf. So. No problem. No problem. Geh runter, du Goblin. So. Genau, bleib hier. No problem. So, jetzt musst du durchskillen. Ein bisschen. Mann, ich war doch... Was ist das denn für ein Schiss? Das war jetzt beschiss auf hunderte Male. Mann, das ist doch beschiss. Mein Gott. Mein Gott. Doch, dein Oma, es stinkt nach Kartoffelbrei. Mein Gott. So, man. Okay. Hä? Sau unfair, Alter. Das war sau unfair davor. Das davor war sau unfair. Und unverdient hoch Millionen. So unverdient hoch Milliarden, Alter. So. Bleib hier unten. Genau. Wie Danny Phantom. So, ich bleib hier ruhig. So. Das ist einfach nur sau unfair, mein ich. Man, ich hab das nicht gemacht. Verdammte Scheiße. Ah. Oh Gott. Ah, Karol Gott. Mein Gott. Oh, das ist so ein Hurensohn. Schau dir mal diesen Hurensohn an. Oh, ist das dumm wie Scheiße. Dumm wie Scheiße, der Typ, Alter. Der hat mir auf den Sack gehe, diese... Diese Wichsgülle. So. Oh, was ist jetzt los gewesen mit dem Scheiß-Wiefeiner, du? Okay. War pissig. So, gut. Wir sind übersprungen. Wir sind diese eine Stelle da übersprungen. Mann, ist der blöd. Guck mal, wie blöd der ist, einfach. Schau dir mal, wie blöd der ist, Alter. Der ist dumm wie Scheiße, dieser Donkey Kong. Alter, sucht den Job, du Spasti. Eine Bananenwitzel, kauf dir genug Bananen mit deinem Geld, Alter. Ein Job, du Fixer, Alter. Spasti, Alter. Der geht mir so auf den Sack. Alter, das war knapp, das war knapp. Das war knapp. So. So. Ich konnte eigentlich auch ein bisschen speeden, aber gut. Mach ich's nicht. Muss ich nicht. Okay. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Leck mich. Leck mich. Bist du blöd? Mann, ist der Donkey Kong dumm oder? Der ist dumm wie dumm, Kacke. Du bist dumm, Donkey Kong. Bitte merkst du es endlich. Oh, der ist so dumm wie Scheiße. Hör auf damit. Du vollidiot. Okay. Ist das ein Schatz. So. Weiter, weiter, weiter. Lars machen, Roma. Ich muss mich noch ein bisschen konzentrieren. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Genau. Töte dich. Ich töte dich. Du Ficker. Oh. Nicht, dass es so unfair gezählt wird. Mann. Kack auf dich, du Fettzack, Alter. Mann, ich hasse es. Ich hasse es. Mein Gott. Ich hasse dieses Level so unglaublich sehr. Das ist unmöglich, da zu gewinnen, irgendwie. Irgendwie da. Durchzukommen ist einfach nur so unmöglich. Kein Wunder, dass es niemand geschafft hat, dieses Scheiß-Level im Spiegelmodus. So asozial wie Kacke. Mein Gott, lass mich in Ruhe. So. Mein Gott, lass mich in Ruhe. So, hier stirbt er doch. Hier stirbt er doch. Mein Gott. So ging es nicht am Anfang. So. Okay. Mann, ich verstehe es nicht. Ich war doch da drin. Mein Gott. Mein Gott. Mann, ich hasse dieses Level. Mann, ich slack mich, du Scheiß-Level. Die Stelle ist einfach nur so beschissen wie Scheiße. Oh, ist das blöd. Ich hab nicht mal was gesehen, Mann. Wenn ich euch denn sehen, dass du jetzt nach oben gehst, so fettes Scheiß-Stück Scheiße, Alter. Wie das mir auf den Sack geht, Alter. Woher soll ich denn sehen, sowas? Alter, chill. Chill. Mann. Gott. Ich hasse dieses Level, Alter. Ich cut auf dieses Level. Mein Gott. So, weiter, 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 weiter. Chill den Arsch. Bleib keine Sekunde dort, Alter. Kein Bock mehr auf dieses Level, auch wenn die Musik-Sau-Gut ist. Oh, geht doch! Was war das Kackproblem, Alter? Hahaha. Was ist das denn jetzt? Du wolltest mich doch verarschen, Alter. So, ich bleib ruhig, ich bleib ruhig. Oh, das war gut. Was? Was ist das denn? Woher soll ich das denn wissen? Woher soll ich das wissen, dass das jetzt kommt? Woher soll ich das denn wissen? Sehe ich aus wie Gott, Mann. Mein Gott. Hahaha. Hahaha. Ach Gott, ist das eine asoziale Kacke? Eine asoziale Kacke? Okay, okay, verpiss dich. So, leck mich am Arsch, Alter. So, jetzt lass mich in Ruhe. Verpiss dich, du scheiß Strahl-Prisse-Ficker. So, bleib hier. Gut. Scheiß auf das Puzzleteil, Alter. Solange ich noch lebe. So. Bleib. Hier werde ich ja nicht getroffen. Sehr gut, so. So. No problem. So, wo gelang? Ah, da ist ein scheiß Reifen, okay. Jetzt sieh ich's. Ich dachte schon, wie soll ich denn da hochkommen? Okay. No problem. So. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, endlich. Diese scheiß Level ist abgehakt. Es ist so abgehakt wie dein Stutterflow. Ey. So, gut. Man. Oder abgehakt wie der linke Haken eines Boxers. Wird wohl doch nix mit den 7 Level, oder? Gut, kommt drauf an, wie gut ich mich jetzt anstelle. Hand in Hand durchs Quinkieland. Genau. Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt, äh, ob ich das schaffe überhaupt in diesem Part. Also, muss man hoffen. Das müssen wir hoffen. Sonst wird's ziemlich böse. So. Okay. Uh, das war knapp. Das gebe ich auch zu. Das war richtig knapp. So. Äh. Das war so ein Level, okay. Das war dieses Level, okay. Das war doch sauschwer. Das war kackschwer. So. Ne, ne, ne. Lass mich in Ruhe. Genau. So. No problem. No problem, hab ich gesagt. So. Genau. Och Gott. Perfekt. Okay. Geil, wir sind jetzt endlich im Halbzeit. Och, das war blöd. Das gebe ich zu, das war blöd. Das war blöd von mir. Hätte ich nicht machen müssen. So, wir warten lieber auf die Hand. Okay, die ist sogar ein bisschen schneller als sonst. Ach ja, stimmt ja. Das war so ein Level. Ach ja, das war so gut. Ach ja, ich hab das Level geliebt. Ach ja. No, es wird ein bisschen asozialer dann. So. Ne, so asozial war das Level jetzt nicht, oder? Kann das? So. Scheiße, die wird so eine Bombe. Das ist ein Kuh, äh, ist ne. Wie nennt man sowas? Ne Huni-Bahn. Genau. Huni-Bahn, Alter. Och Gott. Mein Gott. War das ein Trutan, oder? Was weiß ich. Ein Turkey-Bahn. Höhöhö. So. Schnell den Arsch, schnell den Arsch. Mann! Was ist das für ein Kack? Das ist so unfair und scheiße, Mann. So. Chill. Genau, wir haben es gepackt. Bitches. Oh, ist der blöd. Ist der blöd zum Zurückgehen. Mein Gott, Donkey. Du blamierst dich nur. Okay, jetzt leckst du. Guck mal, wie extrem es geleckt hat. Oh, wie extrem es leckt. Ja, super. Machst du super Fraps? Ach ja, ich liebe Fraps. Hab ich dir schon mal gesagt? Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. So, perfekt. So. Gut. Wo bin ich? Ich glaube, ich bin ganz links. Mann, ich hab's noch gar nicht gesehen. Warum hast du geleckt? Warum hast du genau jetzt geleckt? Ich komm, das ist so scheiße unfair von dir. Fraps, das ist so scheiße unfair von dir. Voll unfair von dir, Mann. Ich find's nicht cool, was du da machst, Fraps. Und das weißt du genauso wie ich. So. Okay. Bams. So, ich bin jetzt in der links. Alter. Gut. Ich hab's geschafft. Was ist denn jetzt schon wieder? Die Vielverdienung ist ausgenommen worden wie mein Penis. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. So, die Fabi ist abgeschlossen. Nee, ich zieh noch nicht, Alter. Was labe ich da für eine Kacke? Was labe ich da für ein Bullshit? Getriebsausflug ist ja noch da. Ach nee, war das dieses Raketenlevel? Bitte nicht. War das auch, das war aber gar nicht schwierig, oder? Kandard? Nee. Nee, ist nicht das, oder? Oder? Sieht gar nicht so aus, als wäre es ein Raketenlevel. Oder doch, doch, doch. Eindeutig, Alter. War doch der eindeutige Beweis, dass es ein wahr war. Oh, das hab ich auch selber schon gesehen. Aber das ist so schwer, war das doch gar nicht. Ich glaub, das hatte ich sogar im First Try geschafft in dem normalen LP, oder? Kandard? Dass ich das sau schnell geschafft habe? Nee, ich glaub nicht, oder? Das kann jetzt sein. Wobei, wir sind schon im Halbzeit fast. Das waren null problemo. Das ist immer noch null problemo, finde ich. Hier, die Puzzleteile hab ich auch schnell bekommen. Okay. Also ich find's bis jetzt noch gar kein Problem, dieses Level hier. So. Okay. Bist du jetzt noch nicht rumgefehlt oder sowas? Bada 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 bada. Schon wieder beim Halbzeit fast. Was ist los? Okay. Das war, glaub ich, das einzige Schwierige. Oder? Dass die sich bewegt haben immer. Ständig. Oh, wir haben einen Puzzleteil bekommen. Voll leicht. Das war, glaube ich, das Schwierigste, oder? Kann das sein? Ich glaube schon, dass das das Schwierigste war. Und das hier. Auf jeden Fall das hier. Wie soll ich denn das dann packen, Mann? Jetzt geh runter, Bitch. Bitch, rede nicht. Wenn ich dich mit meinem Schädel triff, ey. Okay, ein bisschen schwierig, okay. So, leck mich. No problem, Bitch. Oh, was ist das denn für ein Scheiß? Mann. Jetzt verehle ich da wieder. Das ist doch einfach. Das ist sau einfach. Die Raketenlevel sind ohne, die Puzzleteile ist sau einfach. Ich spiele im Modus vor allem auch, weil... Wir haben genauso viel Leben wie im normalen Modus. Einen. Genau. Im normalen Modus hatten wir ja auch nur einen. So. Mann. Goddammit. Fick deine Oma. Was? Der Donkey Kong ist so dumm, so scheiße, Alter. Dann kann ich mal eine Kette lenken, Alter. Der mit nur A getroffen, äh, A gelenkt wird. Ich sag, Spasti. Alter, wo du dich cranky hast, Alter. Und Winkely auch. Winkely gibt dir nur ein paar Sporttipps für die Diät, Alter. Du fetzer, Alter. Okay. Nice. So runter und dann runter und dann runter. 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 Runter mit der Schraube. Hey, Junge. So. No problem, Houston. So, jetzt bin ich unten. Egal, was du sagst. So, kleiner. So, alter, überhaupt kein Problem eigentlich, seht ihr. Das ist null problemo. Ich weiß selber nicht, warum ich... Was? Was? Oh, was? Was war das denn jetzt? Alter, das explodiert irgendwas. Ich glaub, die Rakete. Keine Ahnung warum. Ich glaub, die hat ihre Tage gehabt. Ihre Explosionen. Alter, ich trinke mal eine Schluck Cola. So. Zahnradjogging. Was ist denn das denn für ein Level? Das würde ich mal gerne wissen. Oder so super bitch. Oh yeah. Suche, okay. Muss ich das eigentlich nochmal suchen, oder? Muss ich das nicht mehr suchen. Das wäre super schön, wenn ich es nicht nochmal suchen müsste. Weil das war schon ein bisschen blöd. Gut, die waren nicht schwer versteckt oder so, aber... Trotzdem, ist es ziemlich nervig gewesen. So, verpiss dich. Och nee, du Husu. Husu, alter. Na, oder? Boah, was ist das denn? Hey, das war die unfeste Stelle, die ich jemals gesehen habe. Das war die richtig unfeste Stelle. Aber hundertprozentig. Solche Musik ist das denn? Das war doch diese... Ich weiß nicht, welche Musik... Das, äh, wo diese Plattform da war. Oder? Man! Gott damn it! Wie hieß das Level? Das mit der Plattform da. Also das mit diesem Aufzug da. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Ach ja, ich hab's nur auf Englisch gespielt. Die könnt ihr eins... Ach ja, ach ja. Trotzdem ein schönes Spiel, also auf jeden Fall. Ich hab's leider nicht auf Deutsch gespielt. Ist aber auch egal. So. Was soll ich denn dafür kennen, Bitch? So, ich hab's nur auf Englisch gespielt. Ja, ich bin Gangster. Ich spiel alles nur auf Englisch, weil ich Superstar bin. Bitch. Verpiste ich, du Hussu, du Dimmst. So. Wollang geht es jetzt? So lang, Bitch. Hier entlang, okay. Weiter geht's. Ins Paradies. Oh yeah, Brother. Yeah, eh, eh. Saugeil jetzt endlich. Endlich beim Halbzeit-Schweinchen. Ist ein bisschen schön. Nee. Nee. Lass mich in Ruhe. Ja, klar. Verpiss dich. Hussu. So. Okay. Okay. Halt dich fest, du Bitch. So. Blöp. Perfekt. Und nochmal. Genau. So, ich runter bis wir nicht mehr, glaube ich. Zumindest, ich weiß es nicht. Weil da unten ist schon auf jeden Fall nicht so versteckt, dieser Schalter. Sondern man erfährt's eigentlich. Dass der Schalter dort ist. Aber gut. Es gibt ja trotzdem noch Ausnahmen, die das trotzdem nicht finden. Ihr kennt sie alle. Wir kennen sie alle, Bitches. Die Noobs. Ja, genau. Die Noobs, die kennen wir alle. So. So. Bleib ruhig. So. Chill an Arsch. So. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, Bitch. Oh, ich sehe einen Tangela. Einen Tangens, Bitch. Und sie wird ergänzt. Ah. Okay, warte mal. So. Halt dich fest, du Bitch. Bitch. Okay. Verpiss dich. Gut. Ich warte jetzt eine Runde, bis das Ding hier kommt. Genau. Aber wohin damit? Wohin des Guten? Hier hin, genau. Bitch. Und jetzt festhalten. Jetzt nochmal festhalten. Das ist schon das Ghi. Das Ghi ist ein bisschen asozial, aber... Was soll's? Mann, ich hasse dich, du Kackroboter. Oh, du bist ein Kackroboter. Ich spuck auf deinen Nacken. So ein Kackroboter, was macht denn der hier? Was macht der Spasti hier? Mein Gott. Was macht der Bastard da, Alter? So ein Scheißroboter macht einfach dort sein Unwesen. Das ist doch vom Ziel. Nö. Das ist doch für mich unfair. Das war ein scheiß unfairer Hurensohn. Ohne Scheiß, wie unfair ist der Bastard gewesen, Alter? Aber richtig unfair. Das ist ein richtiger Husso. So. Du Hurensohn, yeah. Fick dich, du Bastard. So, wir sind wieder hier. Was macht denn der Roboter hier, bitte? Das verstehe ich nicht. So. Leck mich. Okay, jetzt muss ich nur noch treffen. BAMS! Demonstrationen ist das Ende jetzt nicht so unfair gemacht, wie bei anderen Stellen. Och Gott. Ihr erinnert euch, oder? Irgendein sechstes Level oder so. Irgendein Level von der sechsten Welt. War ziemlich unfair. Das Ende war ziemlich unfair. So. Schalt aber weiter. Okay. Ach ja, das war dieses Level. Och Gott. Das war ziemlich schwierig. Aber es hat mir extrem gut gefallen. Und außerdem liebe ich das Level. Das Level ist ziemlich cool gemacht. Aber es ist auch ziemlich kackschwer gewesen, oder? Kann das? Ich glaube schon. Und ohne Didi... Och Gott. Och Gott. Ne, ich glaube nur die Puzzleteile waren so scheiße schwer, oder? Doch, das war kackschwer. An sich schon. Wenn ich diese scheiß Roboter schon sehe. So. BAMS! Ja, bis jetzt ist es auch noch gar kein Problem. Also wir sind ja jetzt erstmal noch... Gar nicht so weit. So. Okay. Also wir sind noch gar nicht so weit, dass wir... ...sagen können, dass es schwer ist. So. No problem, Houston. So, muss ich da entlang? Genau. Ich muss glaube ich da entlang. Genau, dann komme ich gar nicht so anders durch. So, verpisst dich. So. No problem. Ähm. Okay. Verpisst euch. Genau. Wenn ich diesen blauen Schalter aktiviere, dann sterben diese Ficker. Okay, warte mal. Ich gehe in die entlang. Ist das schon das... Oh. Okay, wir sind schon ziemlich weit. Oder? Ja, hier ist es halt so fast saugeil. Perfekt. Jetzt wird es erstmal richtig schwierig. Ah, was? Okay. Das war jetzt kacke. Das war richtig kacke, Alter. Was soll denn der Mist? Okay. Alter, wir haben es geschafft. Wir sind hier oben. Können wir uns ein bisschen skippen. Eigentlich sollten wir zu einem Bonus da oben kommen. Und wieso habe ich jetzt... Wieso bin ich jetzt... Oh Gott, bin ich blöd. Ich bin beschränkt, oder? Hahaha. Eigentlich sollten wir das jetzt packen. Aber was mache ich? Wie dumm ich mich anstelle, ey. So. Guck dir das mal an. Alter, das war knapp. Wir dürfen diese blauen Schalter nicht berühren. Sonst fliegt ja alles auseinander, Leute. So, jetzt kann man es erst berühren. So. Das ist ein Bonnet-K.O. Wenn wir das machen sollten. So, kommt her. Ich muss euch jetzt ausschalten. Bäm. Genau. So. So, hier ist saugeil. Okay, das war blöd. Was habe ich gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Was habe ich falsch gemacht, zum Beispiel? So. Ach ja, ich muss es ja andersrum machen. So. Genau. Genau, verpasst du dich. So. Alter, wie soll das denn gehen? Ich verstehe es gerade nicht. Was muss ich hier machen? Äh, okay. Okay, ich glaube, ich muss jetzt hier hoch aus, ne? So. Schöner Arsch. Genau. Okay. Dann darüber hüpfen. Genau. Dann darüber hüpfen. War das nicht ein bisschen kackschwer? Ne, so schwer war es jetzt noch. So. Ähm. Alter. Schöner Arsch. Perfekt, perfekt. So, perfekt. So. Nein! Scheiß, Tutan. Whatever. Oh, ich hasse Truthähne. Aber ich hasse sie einfach. Die sind so Huren-Söhne. Mann, ihr seid solche Huren-Söhne. Mein Gott, ist das ein Scheiß-Level. Das ist so geiles Level, aber nee. Da kommen diese Hunde-Ficker und denken, die wären was, wenn diese Hunde-Ficker sowas machen. Diese Hunde-Ficker. So, aber peste dich, du Hunde-Ficker. Gut. Meine Güte. Also, ich weiß nicht, welcher Huren-Söhne dieses Level ausgedacht hat. Nee, das Level ist cool an sich eigentlich. Aber diese Bastarde da vorne, also dieser Scheiß-Hunde. Whatever. Ich hasse Huren-Söhne, oder ich hasse euch alle. Seid euch Wensen. Mein Gott. Verpiss ich, du Hussu. Verpiss ich, du Hussu. Boah, ich hasse solche Viecher. Keine Ahnung, wir hassen solche Fischer. Wir hassen solche Fischer. Wir hassen solche Fischer. So. Okay. Bleib ruhig. Wieso muss das Level eigentlich so asozial sein? Das kann doch auch sozial sein, oder? Oh, geil. Wir haben es irgendwie kaputt gemacht. Voll geil. Okay. So, voll geil. Wir haben es kaputt gemacht. Saugeil, Alter. Wie geil war denn das mit? Wie habe ich das kaputt gemacht? Das war Pissi, du scheiß Viech. So, du Hunde-Ficker. Och, scheiße. Das ist doch blöd. Das war so, wie sehr blöd. Ich habe mir mein eigenes Grab geschaufelt. Wobei, ich habe es skillig gemacht. Ich habe es skillig gemacht. Geht doch. So. Okay. Okay. So. Geil. Wir haben es geschafft. Unendlich, ey. Schalter von Walther war ein bisschen schwierig. Gut. Wir können auch ein letztes Level draufpacken. Unter 7-7. Ihr kennt es alle. Wahnsinnsmusik. War das ich mit diesem Hammer? Ja. Es war der Hammer. Ach, Gott. Alter. Es war aber schön, oder? Das Level war ziemlich schön. Weil ich mochte es. Es war ziemlich unstimmig. War doch ziemlich gutes Level, oder nicht? So. Mach dich noch mal kaputt, bitte. So. Mann! Gott damn it. So, jetzt scale dich durch. Ich scale mich da durch. So, jetzt mal die Ike kaputt machen, bitte. So, genau. Okay. Perfekt. Irgendwie im Halbzeit fast. Irgendwie. Keine Ahnung, wie. Das schwer ist das Level eigentlich gar nicht. Die Puzzleteile waren, glaube ich, hier schwierig. So. No problem, Houston. No problem, Houston, bitch. Oh, das war gut. Das wäre gut gewesen, wenn ich jetzt auch sehr scale ich da durchgekommen wäre. So. Bams, 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 bams. Okay. Okay. Mann! Ich hasse dieses Viech. Gott, wie ich dieses Viech hasse, Alter. Habe ich dir schon mal gesagt, wie ich das Viech hasse? Chapp, 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 chapp. Okay. Sieht ziemlich gut aus. Gut, wir sind noch im Halbzeit fast. Bitch, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt endlich auch sonst was gemacht. So, perfekt. Ach ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße. So. Mann, ich bin doch noch weitergelaufen, Mann. Das ist so dumm und scheiße, wie soll man da durchkommen, wenn dieser Bastard Hundeficker da vorne ist. Und dich da bombardiert, dieser Ficker. Wie soll denn das gehen? Mein Gott, jetzt geht's. So. Mann, das geht doch gar nicht, ohne diesen Hundeficker irgendwie zu töten. Okay. Chill den Arsch. Mann, chill den Arsch. Mann! Oh Gott, das war so knapp. Och nee, das war jetzt diese Stelle, okay. Chill. So. Chill den Arsch. Ich bin nicht in den Arsch, bitch. Oh Mann, ich hab das gar nicht kommen sehen. So unfair. Okay, das war nicht unfair, aber... Das hab ich nicht kommen sehen, Leute. Das hab ich null kommen sehen. So, bitch. Bleib ruhig. Okay. Ich seh eigentlich, da hat er kein Problem. Wie beim Bitch-Konzert. Ah. Mann! Leg mich du scheiß Hammer, Alter. Dieser Hammer geht mir so auf den Sack. Oh Gott, Hammer, du gehst mir so auf den Sack, Mann. Keiner Hundeficker. Gut, ein bisschen skillig. Was? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt gewesen? Dat war ein Leck. Das war ein unfairer Leck. Das war ein richtig unfairer Leck. Okay. Richtig unfairer Leck war das. Okay, komm. Feuer, 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 Feuer. Bitch. You are seeing me in the TV. Mann, jetzt hör auf zu lecken. Was soll denn der denn? Was soll der jetzt? Was soll der Mist jetzt? Was soll der Mist jetzt? Hör mal auf, bitte. Hey. Yo. Bitch. Ihr seht, ihr verdammte Scheiß, Fraps. Fraps, ich hasse dich. Hast du das schon mal gehört? Fraps? Ey, ich hasse dich. So, Leute. Mein Speicher war voll. Jetzt geht's auch endlich weiter. So, wir können endlich weitermachen. Alter, ist es auch ungewohnt jetzt gerade. Das gebe ich auch zu. So, es leckt ein bisschen. Aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Weil dafür kann ich ja nix. Im Endeffekt, dafür ist ja Fraps schuld. Und auch Fraps verantwortlich, sage ich mal so. So. Okay. Ich will einfach nur dieses Level jetzt zu Ende machen. Mir ist es so egal. Okay, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Perfekt. Perfekt. Wir bleiben hier jetzt mal. Und warten ab, bis das Feuer da weg ist. Perfekt. Perfekt. Okay, jetzt wird's schwierig. Wir warten noch eine Runde. Genau. So, das ist eigentlich saugeil. Gemacht. Ich find's eigentlich saugeil gemacht. Das hier. Nein! Mann! Ich hab blöd. Das ist blöd. Ich gib's zu. Ich war blöd. Das ist ja noch blöder. Ich hör das, glaub ich, jetzt doppelt, oder? Und aus dem Gamepad kommt auch irgendwie ein Sound raus. Weil ich das Gamepad auch auf, äh, angemacht habe, aus Versehen. Ich wollte eigentlich auf YouTube was schauen. Aber, gut. Ihr kennt's ja. Mit dem Wii U Gamepad schau ich hier meistens auch auf YouTube. Auch im Bad Sound chillig eigentlich, weil der, äh, der Bildschip ist eigentlich ziemlich groß. Also, ich geb's eigentlich zu. Das ist ziemlich groß fürs YouTube schauen. Und ziemlich angenehm auch. So, jetzt hör mal auf. Hör mal auf zu lenken, bitte. Das ist nicht cool. Okay. Perfekt. 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 Chill. So. So. Okay. So. Bäm. Das ist immer hier oben. Sau geil. Okay. No problem. Jetzt schieß ich mich wieder hin. Okay. Nein Bin ich dumm Bin ich dumm Ich hätte auch warten können, Alter So blöd bin ich So beschränkt bin ich Oh, Mann Ich werde auch nur dieses Level jetzt packen Und so hat Fraps noch mehr seine Tage Wie ihr seht Fraps hat Ich doch nicht seine Tage, guck mal Es leckt so Kacke Mann, jetzt hör auf zu lecken, Fraps Mein Gott Fraps, du bist so ein Scheißprogramm Oh, du gehst mir so auf den Sack, Alter So, jetzt geh flüssig, bitte So Also ich bin mir 100% sicher, dass es aus dem Gamepad auch rauskommt Weil es ist gerade an Und ich hör es auch Und jetzt leckt mich Fraps, Fraps, hör auf, um cool zu sein Hör auf Verdammte Scheiße Okay Ist mir nicht egal So Lass mich in Ruhe So Mann Das ist so unfair Ich hasse dieses Level Ich hasse es so sehr Es ist so kack unfair Ich hasse es so sehr Ach ja, hab ich schon gesagt, dass ich hasse dieses Level Ja, hab ich schon tausendmal gesagt, oder? Mann, mein Rücken tut weh Mein Gott Was ist das für ein Scheiß Alter, ich fühl mich so richtig beschissen, Alter In diesem Scheiß-Rücken-Problem So Leck mich Fick dich, fick dich So Hauen wir ab Eine Runde Wir haben nicht so viel Zeit So Wir haben auch auf jeden Fall nicht so viel Zeit Ich hab keinen Bock mehr langsam Alter, das tut so kack weh, Alter Das ist so ein Scheiß, Alter Also wieso ist das so So, wir warten eine Runde Genau, bis das Hammer nochmal nicht mehr funktioniert Ist mir egal So, komm nochmal her Feuer Feuer ist egal So, wir warten hier wieder Bis das Feuer hier ausgeht Genau, perfekt Jetzt geht's weiter Bitch Oh, scheiße Die Maus ist im Weg Ich sieh's Ich weiß Ich weiß nicht, ob ihr die sieht überhaupt Ich weiß es nämlich nicht So No Problem Okay So, saugeil Bams 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 Okay, bleib ruhig Ich bring mich da hoch Genau So Okay Ich komm jetzt nach oben, bitch So, dankeschön Die IK, dankeschön Och, diese Maus war ein Bild Aber ist mir gern Denn ich hab das Level geschafft So, geil Und wir hören uns nicht doppelt Weil das Gamepad ist auf dem Bett Und das sieht man hier nicht mehr Weil ich im Benz chill So Auf jeden Fall im nächsten Podcast Geht's noch weiter mit dem Boss Level Und mit dem K Level Ja, gesagt Erstmal mit dem K Level Und dann Geht's weiter mit dem Boss Level Also haut rein Ciao Bei Donkey Kong Country Returns